Ihr habt toll beim Aufbau mitgeholfen, Freunde. Wir werden morgen am Cowboy-Tag so viel Spaß haben, das weiß ich. Ich werde jubeln, je. Das klingt nach Ärger im Schweinepferch. Na nun, sich schlafwandelt. Ich steck fest. Ich ruf besser die Paw Patrol. Danke, Rubble. Wie geht's Ihrem Fuß? Er ist voller Matsch, aber sonst geht's ihm gut. Ja, Freunde. Rubble, schieb die Heuballen rüber, um die Bürgermeisterin aufzufangen. Da ist sie! Chase! Sie reitet direkt auf Oscar und Henrietta zu. Bin schon unterwegs! Skye, du musst sie aus der Luft retten. Wir müssen sie irgendwie vom Rand fernhalten, bis Skye hier ist. Chase, du musst da hoch. Saugnapfpfoten! Frau Bürgermeisterin, stehen bleiben! Und hab sie! Entschuldigung, hab ich irgendwas verpasst? Ich hatte einen tollen Traum! Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an!